Herzlich Willkommen bei Andreas Trienbacher, Pörseltrainer aus Karlsruhe mit der oft gestellten Frage, wie viel Kilogramm Körperfett kann ich in welcher Zeit abnehmen. Am besten natürlich ganz schnell, ich fliege in den nächsten 4 Wochen Urlaub und höchste vorher natürlich so viel wie möglich Körperfett abbauen, wenn es geht noch ein 6 Pack haben, was auch immer. Auch diese Frage ist mir nicht möglich sie zu beantworten. Warum? Ich kenne dein Ernährungsverhalten nicht, ich kenne dein Trainingsverhalten nicht, ich weiß nicht welcher Stoffwechselgruppe du da anhörst und somit kann ich auch hier keine Aussage treffen und jede Aussage die hier getroffen wird, egal von wem, die ist pauschal. Man kann selbst wenn man Daten hat, Ernährungsprotokoll, wenn man Daten hat auch Trainingsübersicht, was hat man in letzter Zeit trainiert bzw. auch Bilder von der Person hat, kann man es auch nicht genau bestimmen in welcher Zeit ich hier welche Menge an passiven Körpermasse abbauen kann. Das ist nicht möglich, auch hier kann man nur eine pauschale Aussage treffen. Wenn du was dein Ernährungsverhalten anbetrifft, dein Ernährungsverhalten umstrukturiert hast, zu deinem Vorhaben passend zur Reduktion des Körperfettes, wenn du was die Trainingstechnik anbetrifft, die richtige Trainingstechnik benutzt, wenn du den Trainingsplan entsprechend an dein Vorhaben angepasst hast und wenn du vom Typ her auch noch Cardio mit dazu beimischst, dann hast du alles, was du an Intensität bringen kannst, hast du in eine Waagschale geschmissen und das wird dir dein Resultat bringen. Wie hoch dieses Resultat in welcher Zeit ausfällt, dieses kann man nicht beantworten, das wäre eine reine pauschale Antwort. Somit ein Tipp von mir, gib alles im Bereich der Ernährung, gib alles im Bereich der Trainingsintensität und auch was die Trainingstechnik anbetrifft und du wirst natürlich auch ein maximales Resultat erzielen. Denke daran aber, man bekommt weder im Muskelaufbau noch im Fettabbau was geschenkt, das heißt ich muss es mir hart erarbeiten. Mindestens 50% Ernährung trägt zu deinem Erfolg zu bei. Also, das war's, Andreas Trienbacher, Pörseltrainer aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.